hallo und herzlich willkommen zurück zur nächsten folge legend of grimrock 2 ich bin der längste und begrüße euch recht herzlich zur folge 46 schon mal glaube ich oder schön dass ihr noch mit dabei seid das freut mich sehr denn man merkt natürlich wieder so ein bisschen man hat eine schwache woche und das interesse der des nicht harten kerns der 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 nicht längste ultras schwindet schon wieder dahin es tut mir leid aber naja so ist es halt man kann man nichts gegen machen so während wir jetzt versuchen hier unten die die wilde meute zu vernichten kann ich euch ein bisschen erzählen warum jetzt alles so ein bisschen langsam ist bei mir die meisten wissen das ja schon dass ich glaube ich geht zur leiter dass ich mit einem unfall zu kämpfen hatte aber wir stellen sie direkt vor die leiter das ganze ist jetzt schon wieder weit her und ja ich habe mir die rechte seite ganz stark fällt und mein oberarm ist angeknackst mein album ziemlich geprellt und naja ziemlich lädiert alles gut mir geht es gut alles schön aber das spielen am pc macht gerade ein bisschen weniger spaß weil eben mein rechter arm doch ordentlich was abgekommen hat ja es ist alles gut ihr müsst euch überhaupt keine sorgen machen und es ist auch nicht so dass ich mich jetzt genötigt fühle unter einfluss größter schmerzen hier den knallharten job youtube weiter auszuführen damit man seine millionen von fans hier zufrieden stellt so ist es ja nicht ich will selber spielen alles ist gut ich habe mir ein bisschen schmerzmittel eingeworfen damit das klappt damit ich meinem hobby nachkommen kann und meinen geringen zuschauern hier auch noch eine wenige content für diese woche geben kann ich hoffe es freut euch und ja wenn ich hier so viele quatschen lenke ich mich immer so sehr ab jetzt müssen wir hier erstmal wieder runter und dann kann ich mal weiter quatschen warum ist es diese woche schon wieder so eng ja leute es tut mir leid einerseits mein unfall jetzt kam auch noch dazu dass ich letzten sonntag auch noch auf eine messe gegangen bin von meinem beruf her wir hatten die wike und auch dort musste ich mal anwesend sein das hat mir also noch einen weiteren tag gestohlen in dem ich hätte content produzieren können aber alles gut es wird sich diese woche jetzt auch noch nicht sehr viel ändern muss ich leider gestehen denn diese woche haben wir dann auch noch mal verkaufsoffenen sonntag was mir erneut einen freien tag wegnimmt an dem ich aufnehmen kann aber ich verspreche euch grimmrock 2 wird noch kommen bis zum wochenende zwei folgen diesen kater geht noch weiter und freddy wird dann vermutlich erst nächste woche wieder weitergehen weil das ist so ein spiel das will ich jetzt da weiß ich nicht da kommt so ein bisschen mehr nein naja also freddy geht selbstverständlich auch weiter aber das will ich jetzt hier nicht mit meinem lädierten arm machen da kommt so ein bisschen auf stress und und schreckmomente an und ich habe keinen bock da zusammen zu zucken und dann schmerzen in meinem arm zu haben deswegen durch und ja nächste woche geht es sehr wahrscheinlich weiter es ist nicht vergessen versprochen und ihr bekommt dort auch noch content ich finde die beleuchtung hier in den minen extrem geil warum eigentlich minen wir sind hier auf den in den katakomben des friedhofs na und ja alex ich ich muss sagen ich finde auch das ist bisher mit der interessanteste dungeon naja naja und schon mal gelesen dies katakomben wer bilderste final resting place for the warm bound family who for countless generations actes as envoys and ambassadors between the dragon and the other sentient species of the realen bitte entschuldigt meine aussprache ne meine aussprache ist uns nicht so gut ne kann man sich eigentlich auch so mit ein bisschen den langen lässt den trüß versprägen wenn xochand and and a rule warm bound still and egg from the nest and escape to the eisle of necks with the hatchling and bird their airship ein luftschiff ich will auch ein luftschiff damit kommen wir weg oder nicht the master rarely grants wishes but for their great service he granted the warm bound to the gift immortality so und da habe ich meine fehlenden englisch skills mit einem leicht östlichen dialekt einfach mal umgangen ne ist das nicht ja ist das clever ne also ja regt euch da nicht auf ja das ist halt hier mein schlechtes schulenglisch ne da äh müsst ihr mit leben hat vielleicht sogar ein bisschen unterhaltungswert das müsst ihr für euch selbst entscheiden so scheiße oh was ist denn das hier für ein komischer dungeon wo muss ich denn jetzt hier hin müssen wir wahrscheinlich hier rum das sieht nicht so gut aus was haben wir da oben meteor schuhe goldener schlüssel war das ach so guck mal müssen wir da unten lang ist ein bisschen verwirrend ich könnte ja eigentlich auch mal lichtern machen dann ist das vielleicht alles ein bisschen einfacher so totenkopf schlüssel das wissen wir noch ich muss unbedingt zusehen ich will auch keine videos mehr machen die jetzt über eine dreiviertel stunde gehen weil das lässt sich wieder so beschissen rendern und dann muss ich hier das war quatsch ne warum bin ich denn jetzt hier runter gesprungen ja ich krieg das dann einfach mit den 60 fps und der video größe nicht mehr hin deswegen müssen wir gucken so 30 36 minuten so um den dreh ne so jetzt müssen wir rechts ne alles klar ich muss mich jetzt ein bisschen beeilen weil warum sind denn das immer noch so viel da unten ich gehe wieder zur leiter ich glaube dass ist der beste weg okay hier haben wir keinen mehr das ist sehr schön da haben wir auch keinen mehr ne kümmern ja du kleiner süßer fischstüge äh das hatte ich nicht vor naja dann gucken wir jetzt erstmal ob hier noch einer ist aber hier ist keiner mehr da gibt es da ein paar bolzen gib die mal her und wenn ich mich recht erinnere haben wir in der letzten folge hier schon nach schalter geschaut oder ja lol verarsch mich doch nicht ey wo kam denn der jetzt doch mal her och man jetzt muss ich hier noch mal eine runde laufen oh oh ne magier braucht die xp der muss mit sammeln nein oh nein ach da ist ja schon wieder der wurm drin ne warm bound jetzt ergibt das erst sinn ne der warm bound bindet mich hier weil hier ist der wurm drin so aber ich gehe tatsächlich richtig und das auf anhieb wahrscheinlich ist der kristall noch nicht mal fertig weil ich jetzt so schnell wieder hingelaufen bin dass der noch gar nicht fertig ist der ist doch immer nur alle halbe tage ist er doch wieder ready ne so ja auf jeden fall also nächstes wochenende wird wieder sehr lang für mich muss ich wieder fast durcharbeiten ich bin ja kaufmann ich arbeite auch samstags und dann auch noch sonntag weil verkaufsoffener tach und so ne aber ich habe dann auch noch einen ausgleichstag also ich werde dann zwei tage in der woche frei haben und dann werde ich was aufnehmen können und dann geht freddy auch wieder weiter für alle die die mich mit freddy in verbindung bringen wobei die die freddy bei mir gucken die gucken jetzt keinen grim rock ne und die kriegen jetzt die informationen gar nicht aber gut so ist das leben ich mach nur mal keine blocks na so ist es warum auch ne komm mal bitte bitte na genau so genau so ja ich weiß wir sind wieder sehr ungeduldig stecke ich hier wieder schaden ein den man eigentlich nicht einstecken müsste so der längste dann kriegt jetzt noch ein stück käse oh wir haben einen schlüssel so aber jetzt dürften wir ja alle haben hier unten gell jetzt gucke ich nochmal schnell ob wir hier irgendwas looten können und dann müssen wir uns um diesen blöden feuerball kümmern und ich glaube das wird der gegenstand dieses pares der feuerball wir kriegen bei denen zum empfänger so jetzt gucken wir mal wo fliegt denn der los so ich darf da durch ne genau ich darf hier durch okay jetzt drehen wir ihn schon mal um dann geht er da rüber dann kommt er hier Aua Aua so jetzt müssen wir da oben weitermachen hier müssen wir weitermachen so wie kriegen wir da jetzt so einen blöden Teleporter auf hast du dir jetzt echt den Fuß verletzt weil wir da runter gesprungen sind oder man so da kommt er nämlich an tja aber wie machen wir denn jetzt weiter hier ich hab jetzt gehofft ich bin hier das ist ja schon wieder der Ausgang also hier müssen wir eigentlich nett rein wie geht es weiter also wir brauchen irgendwo irgendwie einen Schalter hier da 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 das das da 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 ja okay ich glaube das ist jetzt nicht so kompliziert machen wir jetzt aber so warum fliegt er denn wieder zurück warte mal muss ich dann noch mal aufmachen wir probieren es noch mal also erst mal müssen wir die türen wieder aufmachen so drück so noch einmal drück drück jawohl okay wir haben nach 14 minuten haben wir irgendwas geschafft damit es weitergeht wir wissen noch nicht was aber wir haben es geschafft hallo ist ja schon wieder so weitläufig hier oha aber ich weiß gar nicht ob ich jetzt schon hin will weil da ist doch noch was mit dem feuerball oder nicht oh was haben wir hier ein heiltrank wahnsinn nähe dich du der querack so eine eisblume gut dann hat uns das jetzt deutlich so viel geholfen so das bedeutet eigentlich der teil hier ist egal ne jetzt muss ich noch mal gucken das ding fliegt los fliegt glaube ich hier 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 fliegt hier dann da hoch das gefühl irgendwas ich muss doch mal unten gucken fehlt da noch irgendwas scheiße ich weiß aber nicht wo und wie und warum und ich weiß auch noch nicht mal warum sind wir denn hier unten gewesen wir waren hier unten haben hier 50 millionen zombies getötet und haben hier bolzen bekommen okay war das wirklich alles not really ach leute da müsste so lange auf ein neues video von mir warten und dann müssen wir hier so rumsuchen aber schnell ah so die gehen hier rüber oh nein das ding fliegt schneller uuuh das war aber wieder sauknapp was machen wir denn da jetzt So, das Ding fliegt da rüber So Und dann dotzt es dagegen Das sollte da nicht gegen dotzen Es sollte hier nicht gegen dotzen Aber wie? Ah, vielleicht muss ich hier mal über die Brücke und da So, uns dann natürlich schon beeilen Und ich habe einen verletzten Fuß Ah Ah, das ist halt so Aua 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 Was habe ich denn jetzt schon wieder gemacht? Ich wollte es überhaupt gar nicht, ja? Das war überhaupt nicht meine Absicht So, was passiert denn jetzt hier? Äh, jetzt fliegt das ja wieder dagegen Oh, jetzt kommen So Dann müssen wir jetzt also noch einmal darüber Ich habe aber hier gar nicht so schnell gecheckt Was da passiert ist Aua So, ich bleibe mal hier stehen Hier bin ich nicht safe Hier bin ich auch nicht safe Oah So Was passiert Eine Brücke Lol Hä? Aber da Ach so Und dann darüber Ach du Scheiße Äh Okay, wir haben noch ein Feuerschild Wir können uns Und los geht's Oh nein Oh nein Ich habe es versaut Ich habe es versaut Oder auch nicht Okay Okay A crystal helm Oh ho ho Oh nice So, dann lassen wir den hier This helmet Covers It's rarer With a veil Of pale blue light Ja, ganz toll Aber das gibt mir ganz schön viel Leben Das Ding Geben wir die alle leben Die geben mir alle 280 Jetzt Ja, aber es hält sich in Grenzen Weil wir dem längst da so viel Healthzeug gegeben haben So Ice Guardian Damit können wir uns das Turm holen Ja Hervorragend Das heißt, ich habe das jetzt, ne? Habe ich das jetzt? War das jetzt ein Geheimnis? Haben wir hier unten überhaupt schon ein Geheimnis? Bin ich da überhaupt noch up to date mit meinem Geheimniszähler hier? Kann das sein, dass ich auf dem Friedhof auch kein Geheimnis gefunden habe? Nee, oder? Da habe ich doch Scheiße gebaut Oh, verdammt Wie viel haben wir denn? Ach, Quatsch Statistik Obwohl 56 41 41 49 49 48 54 54 50 51 51 Oh, ich glaube, ich habe es versaut, ne? 55 Nee Alles klar Jetzt müssen wir hier irgendwie wieder weg, ohne getroffen zu werden Eigentlich nur hier hoch So, das bedeutet, ich kann jetzt hier runter Weil Weil Genau Die Ice Guardian Figur This, äh, figurine Was? Depicts and armor clads buried, covered in circles Nee In Ice Circles Ja, wie auch immer Wir stellen das da hin Und Wenn wir vom Teufel sprechen Kommt hier Der Sigret 57 Das weg Das weg Und das weg Und das weg So, was für ein Buch haben wir jetzt gefunden? Wir haben Wer hat denn das jetzt bekommen? Tomb of Water Resist Cold Hm Du hast 7 16 58 Wollen wir jetzt den Magier weiter verstärken? Oder wollen wir jetzt Dem Längster da Bis ich was mitgebe Ach komm Ich glaube, also Resistenzen Weiß ich nicht Sind jetzt nicht so wichtig Glaube ich für mich Mal gucken, wie viel er kriegt Ne Der hat jetzt 7 So 20 Ja Das lass ich so Gut Jetzt müssen wir aber noch einmal zurück Weil wir wollen ja wieder da runter Oh Gott Das bedeutet Wir gehen hier rein So Und dann eigentlich nur diesen Pfad entlang So Hier haben wir ja geguckt Jetzt gucke ich hier nochmal nach versteckten Schaltern Ja Ich hab schon wieder vergessen Ob wir das vorhin Ordentlich und ausgiebig gemacht haben Ich glaube nämlich nicht Hä Warte mal Hier wollte ich gar nicht lang Hier wollte ich lang Aber wir finden nichts Von daher Ja Dann beschäftigen wir uns mal mit dem Zombie Raum Mein Gott Es wird heute voll der Zombie Part hier So Ich kann hier außen rum laufen Das sieht mir so ein bisschen Aus wie eine Fighters Challenge Da unten Oder So viele Zombies Was haben wir denn hier eigentlich noch Achso hier ist der Teleporter da rein So war das So billige Tricks Scheint es hier nicht zu geben Wir finden keinen versteckten Schalter Das bedeutet also Wir müssen echt kämpfen Ne Haben wir eine Leiter gesehen? Ne Ne Also einmal drin Ist drin So ich hab da einen Schalter gesehen Da ist ein Schalter Ich würde gerne wissen Ob es noch mehr gibt Es gibt ja auch zwei Türen Da ist auch noch ein Schalter Und da ist ein Power Gem Und da ist ein Power Gem Könnt ihr mir jetzt vorstellen Dass der Schalter natürlich Das Gitter aufmacht Und der Schalter da hinten Das Gitter Ne Das bedeutet Da da ein Power Gem Drin ist Versuchen wir natürlich Jetzt erstmal Zum Teleporter zu gelangen Sag mal Haben wir nur noch eine Eine Bombe Das ist ja hart Solange Zum Teleporter Zum Teleporter So, da fühlen wir uns schon mal ein bisschen sicherer, gell, wenn wir das so machen. Ah, eigentlich müssen wir von hier ein Bild machen, ne? Das sieht ja viel besser aus hier. So. Oh Gott, das schaffe ich niemals. Wie soll das denn gehen? Ich habe das gespeichert, gell? Ah, ihr Schweine. Ihr verdammten Schweine. Ah, ich habe das gespeichert. Ah, warum habe ich denn das gespeichert? Ja, komm. Ich habe dafür... Ach, verzeiht mir, ey. Ich habe da gerade gesehen, man könnte durchkommen. Ich habe darauf spekuliert, der Zombie geht unter den Schalter. Dann habe ich gedacht, oh, jetzt musst du aber schnell. Du springst jetzt runter, Zombie tot, Schalter umlegen und der Weg war frei. Und, ach, ich glaube, ich habe es richtig, richtig scheiße versaut jetzt. Wenn ich richtig Pech habe, muss ich nämlich alles nochmal machen. Ich weiß nicht, wann habe ich gespeichert? Mal einen Schluck Kaffee nehmen, vielleicht beruhigt mich das. Alter, ich kann nicht mehr die Kaffeetasse. Okay, ausgestreckter Arm und Kaffeetasse geht noch nicht. Aber Gott sei Dank, ich habe... Ja, wir sind schon drin. Ich habe... Oh, Gott sei Dank. Okay, einmal probieren wir es noch. Und wenn das dann nicht klappt, dann war es das leider für heute. Das ist die Frage. Ich muss... Ich muss hier rum. Nee. Oh, das ist... Das ist so verwirrend hier, das Ding. Hier müssen wir lang. Na, vielleicht habt ihr ja den Weg, den ich dort sah, auch gesehen. Und ihr könnt es ein bisschen nachvollziehen. Ich habe halt echt gedacht, ne? Wenn der jetzt näher rankommt, dann springe ich drauf, töte ihn und dann kommen wir da durch. So, kann ich mir hier wehtun? Naja. So, diesmal müssen wir natürlich auch direkt vor der Tür speichern. Und zwar hier. Ich habe halt noch keinen richtigen Plan. Also, wie ich das... Würde verbundlich daraus hinauslaufen, dass wir sehr viele töten müssen. Aber wirklich locken kann man sie halt auch nicht, ne? Dann müssen wir das auf die Klappen verwahrt machen. Oh, die haben gar keine Welltränke. Ah, warum haben die denn keine Heiltränke, Mann? Ach, ich bin so ein Stepp, ey. Ah, nee, warte mal, das muss ich mal nochmal. Ja, aber so geht es doch schon, oder? Da habe ich doch schon die Lösung gesehen. Komm, 33 Minuten. Bis 40 machen wir. Den Raum schaffen wir jetzt noch. Dann haben wir heute noch ein bisschen Content. Gell? Ein bisschen Content. Stella. So. Also, mein Freund. Langsam laufen ist... Ah, nee, deine Hand ist kaputt. Das ist okay, weil da sind die Pfeile drin. So, wie viel brauchten wir? Eins, zwei, ich glaube drei, ne? Eins, zwei. Eins. So, falls irgendwas schief geht, legen wir die Dinger jetzt halt mit rein. So. So. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Also einer kommt danach noch Oh, noch ein Zwei Lass mich raus Lass mich raus hier Oh, du bist aber auch ein Da kommt noch einer nach Oh, jetzt lass mich raus hier Oh, hier ist sogar noch ein dritter Schalter gewesen Den haben wir gar nicht gesehen So, kümmern wir uns noch schnell um den letzten verbliebenen hier Ah, der Wilson jetzt Ein Damage hat er gemacht Ah, der war nicht so gut Kann das sein, je weiter der fliegt, je mehr Damage macht er Oder war das jetzt einfach nur Zufall Ne, das war Zufall So, meine Damen und Herren Minute 38, der Raum ist clear Können wir das ganze Zeug hier einsammeln Ah, schön Ich hab gedacht, das ist eine größere Herausforderung jetzt Hab so ein bisschen an die Fighters Challenge gedacht Vom ersten Teil, aber Ich muss sagen, das hielt sich doch in Grenzen Was aber auch sehr angenehm ist, ja Also das muss man echt mal so sagen Die Fighters Challenge, wer die noch kennt aus dem ersten Teil Das war wirklich eine Challenge, ey Die war echt nicht ohne Fünf Kugeln, das sind fünf Kilo Und so einen blöden Helm Das brauchen wir halt alles nicht, ne Ich lass das Zeug mal hier liegen Da ist noch ein Schalter Warum haben wir vier Schalter hier? Ah, da ging oben was auf Alles klar Warte mal Ich muss mal speichern hier Nicht, dass ich jetzt hier nochmal 50 Millionen Zombies spawne Das ist der Power Gem Haben wir jetzt eigentlich vier Für den vierten Power Gem Oder Es gibt ja fünf, ne So viel weiß ich schon Ah, wahrscheinlich braucht man mehrere Schalter Für die Tür da oben Habe ich sie jetzt offen? Ja So Jetzt müssen wir noch nach versteckten Schaltern gucken Ganz klar Ja Ja meine Freunde Ich hoffe Ihr hattet trotzdem Spaß Und euer Spaß ist auch nicht verloren gegangen Weil ihr so lange auf meine Videos im Moment warten müsst Gebt mir diese Woche noch Zeit Und dann hoffe ich Dass es das nächste Mal wieder besser wird Und die, die auf Freddy warten Die haben das Video hier sowieso nicht zu Ende geguckt Deswegen werden sie diese Informationen gar nicht bekommen Aber trotzdem Bleibt am Ball Freddy wird weitergehen Ganz, ganz, ganz klar Unfallbedingt hat es halt noch nicht geklappt Ne So Ja Dann Stellen wir uns hier vor die Tür Ich werde hier speichern Oh, da geht es runter Da geht es runter Hoho Warum habe ich denn hier die Karte noch nicht aufgedeckt? Weil wir gespeichert und geladen haben Ähm Ja Also Vielen Dank fürs Zuschauen Leute Und schaltet wieder rein zur nächsten Folge Wenn ihr denn möchtet Das wird Wie Wie machen wir immer Hier P 47 Ne So Zack Zack Warum hat sie denn hier nichts Weil sie Hunger hat Es ist doch nochmal schnell was So Jetzt ist aber Schluss für heute Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen Und schaltet wieder rein zur nächsten Folge Wenn ihr denn möchtet Oder zu einem anderen Projekt Einen wunderschönen Tag Einen schönen Abend Oder eine gute Nacht Wünsche ich euch Bye, bye Euer Lenkster folde J KCr Ko isso BS Untertitelung des ZDF, 2020